Habe ich KPTBS oder habe ich es nicht? Oft, wenn Betroffene nach dieser Diagnose suchen, beziehungsweise dieser Diagnose versuchen zu verstehen und auch für sich vielleicht festzustellen, bin ich jetzt betroffen oder bin ich nicht, finden nur sehr medizinische Beschreibungen. Deshalb dachte ich mir als Selbstüberlebender, dass ich für dich das mal zusammenfasse und in fünf Minuten erkläre, was ist denn diese KPTBS, also komplexe posttraumatische Belastungsstörung als Folge und festzustellende Diagnose von Entwicklungstrauma aus der Kindheit. Ich bin Gabriela. Ich begleite Menschen, die an Entwicklungstrauma beziehungsweise an den Folgen von Entwicklungstrauma krank sind und sie, körperorientiert, einiges an Erleichterung und Linderung im Leben erreichen möchten. Ich freue mich jetzt auf dich. Entwicklungstrauma entsteht durch wiederholte, anhaltende und oft unbemerkte traumatische Erfahrungen in der Kindheit. Denn Entwicklungstrauma entsteht während der Kindheit. Eine Phase, in der unser Gehirn und unser Körper besonders formbar und verletzlich sind. Es handelt sich also um wiederholte, anhaltende, traumatische Ereignisse, unter anderem die Missbrauch, Vernachlässigung, emotionale oder körperliche Gewalt sowie das Aufwachsen in einem instabilen oder chaotischen Umfeld umfassen können. Entwicklungstrauma kann weitreichende Auswirkungen auf die Entwicklung des Gehirns und des Körpers haben und die Fähigkeit beeinträchtigen, gesunde Beziehungen zu führen und ein stabiles Selbstwertgefühl zu entwickeln. Diese chronischen Stressoren können die normale Entwicklung eines Kindes also stark beeinträchtigen. Was ist eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung als Akronym KPTBS? KPTBS ist eine schwerwiegende Reform der posttraumatischen Belastungsstörung, PTBS, die aus Entwicklungstraumata resultiert. KPTBS ist die Diagnose dafür, welche Folgen durch Entwicklungstraumata entstehen. Im Gegensatz zu einfachen posttraumatischen Belastungsstörungen, die oft durch ein einzelnes traumatisches Ereignis ausgelöst wird, entsteht KPTBS durch wiederholte also langanhaltende und intensive Traumata oft in einem Kontext, in dem der Überlebende wenig bis keine Möglichkeit hatte zu entkommen. Menschen mit KPTBS kämpfen also oft mit chronischen Gefühlen von Unsicherheit, Scham, Schuld und einem tiefen Misstrauen gegenüber anderen. Es ist, als ob sie ständig auf der Hut sind und in einem Zustand permanenter Alarmbereitschaft leben. Und du fragst vielleicht, welche Auswirkungen Entwicklungstraumata auf Körper und Gehirn haben? Das Gehirn eines Kindes, das wiederholt traumatischen Stress erfährt, entwickelt sich anders. Der ständige Zustand von dieser Alarmbereitschaft kann zu einer Überaktivierung des Stresssystems führen. Dies kann dazu führen, dass die Amygdala, das Zentrum für Angst und Stress, überaktiv wird. Während der präfrontale Kortex, welcher verantwortlich für rationales Denken und Emotionsregulation ist, weniger effizient arbeitet. Chronischer Stress kann die Funktionsweise des Gehirns beeinflussen und führt oft zum einen zur dauerhaften Angst und Hypervigilanz. Denn das Gehirn ist ständig in Alarmbereitschaft, was zu Schlafstörungen, Reizbarkeit und Konzentrationsproblemen führen kann. Zum Zweiten zu emotionaler Disregulation, Schwierigkeiten, Emotionen zu erkennen, zu verstehen und zu kontrollieren. Zum Dritten zu körperlichen Beschwerden. Chronische Schmerzen, Verdauungsprobleme und ein geschwächtes Immunsystem sind häufige körperliche Symptome. Und zum Vierten die Beziehungen, Schwierigkeiten, stabile und gesunde Beziehungen aufzubauen und vor allem zu halten. Und die nächste Frage höre ich schon von dir. Ja, und was sind dann jetzt ganz genau die Unterschiede zwischen PTBS und KPTBS? Es ist sehr wichtig, diese Unterschiede zwischen posttraumatischer Belastungsstörung und komplexer oder Kindheitsposttraumatischer Belastungsstörung zu kennen. PTBS tritt nach einem einzelnen traumatischen Ereignis auf, wie einem Unfall, einer Naturkatastrophe oder einem gewaltsamen Übergriff. Die Symptome umfassen Flashbacks, Albträume, Vermeidung von erinnerungsauslösenden Situationen und eine erhöhte Reizbarkeit. KPTBS hingegen ist das Ergebnis, wie schon mehrfach wiederholt und betont, wiederholter, anhaltender Traumata und entsteht in einem zwischenmenschlichen Kontext, wie durch nahe Bezugspersonen. Neben den Symptomen von PTBS kommen bei KPTBS zusätzliche Probleme, die sogenannte Trias, der Störung in der Selbstorganisation hinzu. Zum einen Affektregulationsstörungen, Das heißt, extreme Stimmungsschwankungen und Schwierigkeiten, Emotionen auszuhalten, um diese zu kontrollieren oder zu regulieren. Zum zweiten, Probleme mit Selbstbild. Denn KPTBS-Betroffene haben eine sehr negative Selbstwahrnehmung, welche verzerrt ist. Ein tief verwurzeltes Gefühl von Scham, Schuld und Wertlosigkeit. Und zum dritten, Probleme in Beziehungen, also interpersonelle Schwierigkeiten. Und sie haben auch meistens Probleme damit, anderen zu vertrauen und fühlen sich häufig isoliert, verlassen, einsam oder missverstanden. Und wenn du auf die Frage, naja und welche Methoden können KPTBS sehr gut lindern, die Antwort hören möchtest, auf meinem Kanal findest du mehrere Videos darüber, welche Traumatherapie-Methoden hierbei auch wirklich wirksam sind. Nun, kurz und bündig, KPTBS. Ich hoffe, dass es sehr einleuchtend, einfach, prägnant und gut erklärt war. Und wenn nicht, dann stell deine Fragen. Ich beantworte diese sehr, sehr gern oder kommentiere. Und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Liebe, Gabriela. Bis zum nächsten Mal